So Leute, heute im Test für euch. Titanium Salud Color Thunder King aus Belgien. Reiß einfach mal auf oder hier vorne. Ach, das ist ein Pomponohr. So schauen die Dinger aus. 5,4 Gramm. Hier ist es frei. Ich zunte neben. Warte, anschließend zunten, süd und weiter. Mordsmäßig laut die Dinger. Diesen heftig. Die hätte man gut zu Null zunten können. Jawoll. Conor, machen wir jetzt noch 2 auf Schlag zum Schluss. 2 auf Schlag? Ja, die anderen Leute will ich für mich oder so behalten. Jeder eins, ne? Ja, machen wir mal. Weil die sind schon Premium. Und dann würde ich sagen, starten wir. Yes. Alter Verwalter, Leute. Die kriegen eine dicke, dicke Kaufempfehlung. Heftig. Die ballern. Wir wollen Maya már agile und vor allem wieder gehen. Wir dagegen waren sehr viel Dinger. Wir wollen wir auch Ab childcare immer wieder. Eu leafier alleine ist voll. Aber wie wir noch behalten jetzt PDF genau machen. Wir sehen uns nicht wieder. Vielen Dank.